Musik 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 Bسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بتلميذات وتلاميذ مستوى الثانية باكالورية الشابة العلمية في جزء السابع من درس الاحتمالات البروبيليتين في هذا الجزء سنخصصه لما يسمى باللغة العربية القانون الحداني الالواء بنوميال الالواء بنوميال متى نستعمل هذا القانون القانون الحداني نستعمله في حالة تكرار حدث ما بشكل متتابع نستعمل عندما نحن نحن نعطي مثال مثال رائع ومهم لان القائد الالواء بنوميال مشي تتحفظ الى تحفظة تتنسى ستفهم من خلال هذا المثال وآن ذاك سنطبقها بشكل ميسر وبشكل دقيق إذن مع مثال لاعب كرة السلة لاعب كرة السلة يرمي كرة نحو المرمى أي نحو السلة إما يسجل بنجاح نسمي هذا الحدث أو يفشل في إصابات الهدف نسميه س bar أو e بشكل مرمى بشكل مرمي ولم يكون من خلال هذا المثال نحن نحو السلطن بشكل مرمى يعني يعني العقل من خلال س وكرة السلة يعني 0,8 يعني العقل من خلال س يعني أمين 0,8 يو 0,2 نحن نحن جاء المخالحدة يعني جميع أن نحن ستر أنزم رائع ستر 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 وليست Die Probabilität von 1.0 oder 2.0 in Basketball ist 0,8. Das heißt, P2S ist 0,8. Das ist P2S ist 0,8. Oder P2E ist 1-0,8. Das ist 0,2. Die Frage. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. 4 Mal. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. 4 Mal. Das ist die Wahrheit. Der Mann. 4 Mal. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit. Der Punkt ist, ob wir eine GranX zusammenge jogos haben, wo wir ein GranX schauen, um alle die Runde zu verschieben. So ist X die Variable der Marke mit vergebevollen. Der Punkt ist, ob ich die Aufmerksamkeit mit der Runde zu verändern, die sich an Ägern, den Exzenten von X, in der Omega zu verurteilen? dass wir alle Verteilung der X-Verteilung haben, dass wir P2x ist 0, P2x ist 1, P2x ist 2, P2x ist 3 und P2x ist 4 Calculez die probabilität der nächsten P2x ist 0, wie wir gesagt haben, P2x ist 1, P2x ist 2, P2x ist 3 und P2x ist 4 Das ist die Zeit, dass wir uns mit uns beitragen, dass wir die Binnen-Verteilung oder die Binnen-Verteilung Also, wir sagen, dass P2x ist 0,8 und P2e ist 0,2 Wir sagen, dass der Fall der Fall ist 4-malen Das ist das, was wir sagen, dass wir 4-malen können, dass wir 4-malen sind Das bedeutet, dass wir 4-malen E, 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 E Hier haben wir die Variable, die Variable 0 Das ist das 0-malen Das ist das 0-malen E, 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 E E, 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 E Jetzt werden wir die Probabilität. P2x ist 0, P2x ist 1, P2x ist 2, P2x ist 3 und P2x ist 4. P2x ist 0, also P2 ist 4. Das bedeutet, 0, 4, 4, 4. Das bedeutet, 0,8 ist die Probabilität, die der Succese 0. Multipliert von 0,2 ist die Echecke, die 4 Echecke ist. Das ist die Echecke. Das ist die Echecke, die Echecke mit der Echecke ist. Wir wissen, dass die Kfz in der Regelung des Bates ist. Das ist die Kultur, die wir in der Zusammenarbeit haben. Das ist die Lea Bionomiale. donc P de x égale 0 wir nehmen 0,8 puissance 0 hier, und diese 4 wir nehmen 4-0, diese 0 wir nehmen mit einem Mögen und die Koeffizien haben wir 4! also haben wir 4! also haben wir 4 Echecs und haben wir 4 x der Lanzung P de x égale 1 wir haben 1, also 0,1 und 3 Echecs 0,2 puissance 3 also ist 0,8 puissance 1 x 1-0,8 4-1 und die Koeffizien das ist 4! über 1! x 3! die Echec P de x ist 2 also haben wir 2 und 2 Echecs 0,8 puissance 2 x 0,2 puissance 2 und die Koeffizien Egal 0,8 puissance 2 multiplié par 1 moins 0,8 puissance 4 moins 2 Ici, le coefficient d'ordre c'est 4! sur 2! die Echecs ou 2! die Echecs P de x égale 3 et dann on a 3 succès 0,8 puissance 3 fois 0,2 puissance 1 autre écriture puissance 3 et dann 0,8 puissance 3 fois 1 moins 0,8 puissance 4 moins 3 fois 4! factoriel sur 3 factoriel fois 1 factoriel die Echec coefficient d'ordre P de x égale 4 on a 4 succès donc 0,4 fois 0,2 puissance 0 égale à 0,8 puissance 4 fois 1 moins 0,8 puissance 4 moins 4 si il y a 0 multiplié par coefficient d'ordre les réconnements 1 4! sur 4! factoriel on a P de x égale à 0 P de x égale à 1 P de x égale à 2 on va donc ktb egal P de x égale à 3 P de x égale à 4 on va dire P de x égale à K 0,1 de 3 donc P de x égale à 0 0,8 puissance 0 fois 1 moins 0,8 puissance 4 moins 0 P de x égale à 1 0,8 puissance 1 multiplié par 1 moins 0,8 puissance 4 moins 1 x égale à 2 on va dire 0,8 puissance 2 fois 1 moins 0,8 puissance 4 moins 2 P de x égale à 3 0,8 puissance 3 fois 1 moins 0,8 puissance 4 moins 3 ou P de x égale à 4 gâte à t'yna 0,8 puissance 4 multiplié par 1 moins 0,8 puissance 4 moins 4 Iden fèche nous voulons le cas gâte à t'yna à la place de 0,8 on se met où est P il y a 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 P de x égale à 1 qui a la coefficient où est 4 factorielle sur 1 factorielle mais à 3 factorielle il y a il y a il y a la combinaison de 1 à 4 et de la même chose de la même façon il y a il y a la combinaison de 2 parmi 4 où il y a 2 3 parmi 4 où il y a P de x égale à 4 de 4 parmi 4 bien il y a il y a P de x égale à k la coefficient d'ordre il y a la combinaison de k parmi n et on trouve P de x égale à k égale à P puissance k multiplié par 1 moins P puissance n moins k multiplié par la combinaison de k parmi n il y a il y a un petit l'akura il y a il y a il y a il y a la au muître t il y a n tout sa 50 ce jour là lancer le ballon 50 fois successive mais il y a il y a il y a qu'ra bin n 20 m m r m m r r r r r m c qu'il y a la probie d'obtenir 20 fois avec succès من خلال la de l'amitié là qu'on égale à 50 n j n c Und k ist 20. Also, p ist 20, 0,8, die wir haben, um 20, 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 0,6-2 x 2 x 6 Donc, la loi binomiale en général P est la probabilité d'un événement A 1-P est la probabilité de A bar On répète cette épreuve N x 28 N La variable aléatoire qui lie tout résultat au nombre de fois K K compris entre 0 et N de cet événement réalisable est appelé loi binomiale de paramètres N et P Donc, si on a ces données-là P de X égale à K égale combinaison de K parmi N fois P puissance K multiplié par 1-P puissance N-K C'est la loi binomiale qui est la loi binomiale qui est la loi binomiale et on se termine par l'amal de la loi binomiale C'est la loi binomiale qui est la loi binomiale N fois P E de X égale à N fois P C'est la loi binomiale qui est la loi binomiale qui est la loi binomiale le nombre de fois de répétition de l'épreuve ou P est la probabilité d'un événement qui est la loi binomiale qui est la loi binomiale N égale à 4 P égale à 0,8 Donc, l'amalariade et l'espérance de la variable aléatoire tout simplement E de X égale à N fois P Il y a 4 fois 0,8 égale à 3,2 La variance aïa N P facteur de M moins P N'est-ce que c'est l'épreuve qui est N ou N P est-ce que c'est bon V de X égale à N P facteur de M moins P Et l'écart type égale à racine carrée de V de X Donc, l'écart type égale à racine carrée de V de X D'un coup de 0,64 Racine carrée de 0,64 Racine carrée de 0,64 c'est 0,8 وهكذا نكون قد انتهينا من ما يسمى القانون الحداني L'alwa de Probabilité شكرا على انتباهكم وإلى لقائم آخر إن شاء الله في الحصة المقبلة التي تستتعلق إن شاء الله بال الاحتمال الشرطي La Probabilité Conditional ولا تنسوا الاشتراك معنا في قناتكم الجديدة Amarush Academy حتى يصل لكم إن شاء الله جميع الفيديوهات والضروس في الوقت المناسب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة